Hey Leute, was für der Wiesn wir heute schnitt zu laufen. Hier. Wir sind hier mit der Klasse. Leute, hier ist es riesig, riesig. Pass auf, hier war ich voll. Jetzt macht es ein bisschen schnell. Oh nein. Was hat Taylor? Wirklich? Wo? Taylor! 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 Komm mal, Taylor. Taylor, darf ich einmal? Einmal! Hey, Leon, hör an! Nimm mich mal auf! Nein! Ach, ich muss noch ein bisschen nach. Komm, bisschen, komm! Das ist so lustig. Komm, wir gehen eine Runde. Ich geh extra langsam wegen dir. Ja, jetzt bist du aber schnell. So lustig. Schön, wir gehen. Leon, wir gehen mit. Alles gut. Und jetzt zu hören. Und jetzt? Ja. Okay Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.